Hallo. Hallo. Herzlich Willkommen bei Cute Baby Melee. Genau. Heute machen wir die Chupa Chups Lips Smacker Challenge. Ich bin sehr gespannt. Soll ich reinkreifen? Also. Dieses hier. Ja. Dieses hier hat Melee. Ich mach's dir mal auf. Melone. Melone? Schmeckt mal richtig? Schmeckt mal richtig? Bist du sicher, ob's Melone ist? Apfel. Ja, also. Okay. Richtig. Kann ich's jetzt weg tun? Ja, da muss man mehrere Male ein bisschen drauf gehen. Kann ich's weg tun? Ich zeig's. Ich kann's selber. Ja, aber die anderen wollen wissen, was es ist. Ach so, da. Bin gespannt. Darf ich mal riechen? Oh. Bin so was von geschafft an. Ja. Riecht. Ich darf's dir auftragen. Erstmal. Gib's mal nochmal in die Hand. Himbeere? Ja. Ja. Richtig. Ja. Aber da braucht man schon eine Weile. Da muss man echt intensiv drauf gehen. Einfach. Der soll sich selber auftragen, Maus. Der macht seinen Bart bestimmt voll. Oh, das wird jetzt schwer. Zeig's mal. Zeig's der Kamera. Oder? Also hier. Okay. 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 Aber muss ein bisschen ins Bild kommen. Den sieht man nicht. Und? Magst du selber mal auftragen? Schwierig. Erdbeersahne. Ja. Ja. Diese. Pantomime. Mach's selber. Komm. Hä? Melone? Sag zu allem Melone. Falsch. 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 Mille ist schon einmal daneben. Was war das? Erdbeere. Ist fast schwierig, gell? Das ist nicht. Papa, trage. Nein, nein, die will ich nicht. Papa. Papa, Ende Video. Ganz rote Lippen. Oder grüne oder blaue. So bin ich dran. Mhm. Ja, ich mach's mal frei. Also. Ich mach mal zu. Es mischen. Ist doch egal. Da. Ja. Wie lange noch? Hallo? Hier. Ich warte gerade. Darf ich's mal selber machen? Wir drehen's dir raus. Das geht voll einfach. Bin ich gespannt. Was ist das? Was ist denn das? Darf ich schreien? Nein. Birne? Nein. Nein. Was dann? Orange. Oh nein. Ich hab mir schon gedacht. Aber das ist. Oha, das geht voll einfach. Das geht von einer Sekunde hin. Du mal deine Lippen ein bisschen verschönern. Und ich. Ihhh. Was machst du da? Mhm. Findet einfach manchmal. Brauchst du noch was? Komisch. Immer noch ein bisschen. Komisch. Ja, ja. Ja, siehst du. Ja, zu mir sagt man, ist ganz einfach. Ja? Darf ich auch mal aufdrehen? Die Mille, ich trage sie umeinander. Ah, ich hab's jetzt schon gewusst. Ja, ja. Weil du sie ihn hast. Cola? Nein. Hä? So easy. Melone. Mille, du bist dran. Ja, dieses hier. Da bin ich aber jetzt gespannt, ob sie das kann. Ich zeig jetzt nichts dazu. So. Mille? Mille, nimm mal in die Hand Maus. Nicht riechen. Mund. Schmier. Schmier mal. Nein, ich will nicht. Und? Diese eine Lovello, den kenn ich. Kennst du? Vanille, irgendwas mit Vanille Kaffee so im Gewicht. Vanille Kaffee ist es nicht. Keks? Keks? Ja. Ja. Also ich weiß auch nicht, wie man die richtig bezeichnet, die Geschmacksrichtung. Da steht Vanilla. Wir haben jetzt noch mal alle reingetan, weil Mama wusste, was da noch drin war und ich auch, dass wir es ein bisschen schwerer gemacht haben. Ey, das ist keins. So. Das hast du schon gehabt. Nächstes. Okay. Wassermelone. Nein. Falsch. Nee. Nee. Der schmeckt wie Wassermelone. Mann. Ich hab's sofort erkannt vorher. Hahaha. Also. Aber nicht, was ich schon gehabt habe, okay? Ja. Hatte er schon? Hatte er schon? Hatte er schon? Ja. Okay. Nein. Okay. Du hast ihn rausgedreht? Ja. Ich hab ihn rausgedreht. So. Wow. Wau. 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 Ich denke, es sind auch diese Vanille Schokotorten oder sowas. Ja, Vanille Schoko ist es. Nein, es ist Cola. Nein. Coa Vanille. Ist es Schoko Vanille? Das ist das Keks. Ja, das hast du gehabt. Dann ist das nur Vanille, was Milet vorher gehabt hat. Ja, das hat schon gestimmt. Genau, das war der. Es gibt Wasser, Erdbeer Creme, oder wir haben Erdbeer Sahne gesagt, Imbere, Kakao, Vanille. Vanille, das habe ich jetzt. Genau. Orange, Apfel, Vanille und Erdbeer. Genau, Milet hatte die Vanille, die hat es am Anfang richtig gesagt. Wir wussten ja selber nicht, was das für eine Sorte ist, weil da so Törtchen drauf sind. Boah, das ist das ekelhafteste. Also ich habe zwei richtig gehabt, Milet auch. Drei. Nein, Meloni habe ich nicht erraten. Achso. Ja, und ich habe... Du hast zweimal falsch gehabt. Ich habe zweimal falsch gehabt. Weh! Milet und ich, wir haben gewonnen. Alles klar. Ja, ihr zwei Sieger. Ich male euch mit Chupa Chups jetzt an. Ich sage auch eins, das ist die ekelhafteste. Obwohl ich Schokolade mag. Schau mal, wie der riecht. Öh, ranzige Schokolade. Kann ich dir so abbeißen und so? Nein. Ich habe mir auch Spaß gemacht. Ja. Ja? Also, sag mal Tschüss. Ja, wollen wir. Okay, also Tschüss. Tschüss.